Herzlich Willkommen zum täglichen Videostrategie-Ticker des Frankfurter Börsenbriefs. Heute am 28.01. am Freitag, kurz vor dem Wochenende, melden wir uns noch mal um 11.10 Uhr für einen kurzen Ausblick, wie es denn weitergeht in der nächsten Woche. Heute ist der Markt relativ uneinheitlich. Wir sehen bei den Rentenmärkten zum ersten Mal wieder eine etwas freundliche Tendenz. Das liegt sicherlich vor allem an der Abstufung Japans auf AA- von Seiten Standard & Poor's. Das bedeutet, dass wir eine Bewegung haben, wieder rein in die deutschen Staatsanleihen. Der Bund Future ein Partix im Plus, aber ansonsten keine besonders nennenswerte Bewegung. Wir gehen davon aus, dass wir in der nächsten Woche zum Start wieder etwas abgebende Notierungen sehen werden. Das gilt sowohl für den DAX wie auch für die Wall Street. Nach den kräftigen Kursgewinnen gestern und vorgestern ist jetzt erst einmal Atempause angesagt. An dieser Stelle möchten wir vom Frankfurter Börsenbrief Daimler heute mal ganz herzlich gratulieren. Denn am Wochenende wird gefeiert, zu Recht gefeiert, 125 Jahre Automobil. Und das wird mit einem großen Festakt begangen. Und dazu von dieser Seite die herzlichsten Glückwünsche. Passend dazu im Moment auch einige Aufstufungen insgesamt für den Sektor, nicht nur für Daimler, Porsche, VW. Wir sind im Moment da etwas skeptisch. Wir haben im Frankfurter Börsenbrief ja im ganzen letzten Jahr die Autowerte sehr stark im Fokus gehabt, also einige Empfehlungen gemacht, auch Derivate-Empfehlungen. Aber seit diesem Jahr sind wir hier etwas vorsichtiger geworden. Allerdings vornehmlich für VW und das hat sich ja auch gut bezahlt gemacht. Interessant ist ein Blick mal auf ein paar Märkte in der Peripherie, beispielsweise MAN. Hier gibt es heute Morgen eine Einschätzung, dass der Lkw-Wachstum, dass der Lkw-Verkauf in diesem Jahr um 30 Prozent steigen sollte. Das halten wir für eine durchaus realistische Zahl, so wie die Konjunktur der Zeit anspringt. Und in der Mitte des letzten Jahrzehnts, in den Jahren 2006, 2008, hatte die Lkw-Hersteller ja eine ganz schwierige Zeit. Und das könnte jetzt wieder aufgeholt werden, die Produktionsausfälle da und deswegen MAN sicherlich ein Papier, was sich dem Trend entziehen könnte. Allerdings noch nicht so ganz kurzfristig, sondern eher auf die mittlere Sicht. Schauen wir auch auf Continental. Dort haben die Umschuldungsverhandlungen begonnen. 5,3 Milliarden Schulden sollen ja in diesem Jahr abgelöst werden. Und da ist man in Verhandlungen mit den Finanziers, wie das denn da weitergehen soll. Und wir sind da durchaus zuversichtlich, dass innerhalb der nächsten vier Wochen es zu einem vernünftigen Ergebnis kommt. Das auch mit einem attraktiven Zinssatz versehen sein wird. Und deswegen Continental für uns ein Kandidat für eine positive Überraschung in den nächsten Wochen. Deshalb Continental heute unser Tipp des Tages. Schauen wir noch mal kurz über den Teich. Amazon.com hat sich beim Ausblick schwach geäußert. Das Ergebnis des letzten Quartals war einigermaßen zufriedenstellend, sogar recht gut. Die Umsätze waren bei 9,36 Milliarden. Und das Ergebnis ist um 8% auf 416 Millionen gestiegen. Das bedeutet 91 Cent und 88 hatte man erwartet. Allerdings, wenn wir von dieser Zahl ausgehen, sind die Erwartungen des Marktes für das nächste Quartal ja eigentlich als durchaus berechtigt zu. Sehen die mit 474 Millionen zu kennzeichnen sind. Allerdings hat das Unternehmen gesagt, dass man operativ jetzt nur mit 260 bis 385 Millionen rechnet. Und mit einem Umsatz von 9,1 Milliarden und 9,36 Milliarden war hier vom Kapitalmarkt erwartet worden. Die Aktie gestern oder beziehungsweise heute Morgen in Frankfurt zunächst mit 9% im Minus gestartet. Das heißt, hier muss man nicht unbedingt dabei sein. Deswegen hier eine Einstufung als vorsichtig. Amazon.com ist ja schon seit gut vier, sechs Wochen nicht mehr auf unserer Empfehlungsliste. Nochmal zusammengefasst in der nächsten Woche ein kleiner Rücksetzer. Aus der Peripherie der Automobilwerte kann man sich das eine oder andere anschauen, insbesondere kontinental, wenn da in den nächsten Wochen ein Ergebnis zur Refinanzierung kommt. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares Wochenende. Am Montag begrüße ich an dieser Stelle wieder gewohnt kompetent Walter Thissen. Alles Gute Ihnen, Ihr Bernhard Klintzing. Vielen Dank. Vielen Dank.